Ah, supi. Keine Verschnaufpause. Oh ja, genau jetzt kommen sie auf einmal alle wieder. Klar, hey. Ja, woher? Oh, sorry. Ach, da ist ja schon wieder was. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Da ist wieder was weggegangen. Nein. Oh ja, das ist ja schon wieder was weggekriegt. Ja, eins nur noch. Komm, du bist der Letzte. Ich vertraue auf dich. Auf dir. Keine Ahnung. Oh, schade. So, wie viel Spinnenbeinchen? Oh, das hält sich die Waage ungefähr. Nur noch ein paar Sekunden der Buff. Der XP-Boost. Kriegen wir den noch down dafür. So, man sieht gleich hier unten, wie weit... Ah, die XP runtergehen. So, das weg. Und dann move'n wir mal. Oh, Level 46. Ah, okay. I see, I see. Ja. Das sind also die Dinger. Oh, man. Oh, man. Oh, das kann aber auch... Oh, doch, Explorer. Haaa. Ja, aber maximal MP260 ist schon ansonsten. Sorge, hä. Ach, jetzt interessiert es mich nicht mehr. Hä? Wie langsam... Äh, Fernkämpfer dachte ich mir. Ach, deswegen macht das so wenig Schaden. Äh, deswegen nimmt er so viel Schaden. Aber er hat mich nicht getroffen. Das ist schon mal gut. So. Uh. So, my friends. 1. Alt330er. aber das ist ja schnell erledigt noch anziehen aber nicht für mich ja 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 So, jetzt muss ich mich aber mal ausruhen hier kurz. Oh, 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 da ist was weggegangen. Aber... Uiuiuiui. Cool. Aber das steht jetzt gar nicht da unten so richtig. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, was ich da alles gekriegt habe. Schon wieder Boots. Aber das sind diesmal meine. Schön. So. Bam. Einmal. Einmal. Grünes Ding. Dich nehmen wir auch noch schnell mit. Ach, die geben das. Okay. Boots. Okay. Boots. Ich weiß zwar nicht, wie der wird, wenn er mal gelevelt ist. Aber irgendwie jetzt ist er ultra schlecht. gut. Dann einmal zurück. Und abgeben. Und dann da oben abgeben. Ja, das wird wahrscheinlich nicht genommen. Das wird mir nicht angezeigt. Leider. 7. 7000. Ja, jetzt wird er Conner nehmen. 500. 200. 3000. Quest. Hier. Zack. Verkaufen. Mh. Mal überhaupt was zum Verkaufen. Bestimmt. Oder hier. Hier. Das hier. Ja, das. Da ist meins schon besser. Oh, 4000 koste es zum Verkaufen. Dann müsste ich ja 15.000 verlangen. Gefühlt so. Mercenary kann weg. Es bleibt. Okay. Passt. Dann, wenn wir schon in der Nähe sind. Äh. Jo. Mal richtig. Das da. 1 Zoll. 200.000. So. Ja, genau. Ich habe doch. Ja, okay. Es sind also 4. Und von dem anderen habe ich eigentlich genügend. Oben wird es sicher. Was? Was? Was. Was. Was? Was. Er ist nochencia? Was? Was? Was Du? ich wollte da schauen da ist was das könnte man verkaufen ansonsten ist hier nichts dann schauen wir doch mal hier rein genau da haben wir auch nach gut da wieder was zum verkaufen schön es kann man auch verkaufen gut dann schauen wir doch mal hallo die dahinter ja danke kaufen was bietest du mir für das ein geld alles klar auch ein geld sehr schön da auch ein geld aber dies sind 14.000 das stück weggegangen glaube ich ein shop ja machen wir erst einmal das mit die quest fertig best einmal fest zweimal gott und holt mit geronimo wieder darauf und fast die hälfte am nächsten level dran schön schön und vor allem und vor allem fest sagt sagt gut das ist eigentlich was habe ich von dem jetzt für eine ach das ist es ok ich sehe gerade ich habe keine quest mehr na toll muss ich jetzt echt noch glostern aber erst einmal schon mal hier doppel ist er und wieder abgestürzt ich sehe gerade jetzt jetzt ich sehe es ich sehe es